Holli ist es! Ich war's nicht! Töte, Holli! Töte, Holli! Oh Gott! Oh Gott! Der hat mich mit! Die Shurikens! Doch! Äh, Sommi ist tot! Ich bin Inno! Du lebst sogar noch! Ja! Ja, dann bist du! Ist der tot? Nö! Aber ich... Ich bin die ganze Zeit aufm anderen Blumen! Oh, Dealer hat aus mich geschossen mit Feuerschuss! Hä? Nein! Nene, deswegen brennt nur die Tür, ne? Oh, Nene, Nene, Manu! Manu, nicht! Peter hat mich angeballert! Ja, ich... nicht! Ich dachte, du warst Delay! Delay war um die Ecke! Manu, wenn du in Lobby... Ja, ich schieß aber nicht mehr! Ich schieß nicht mehr! Delay kam um die Ecke! Nein, Peter! Ich war nicht da! Ich hab dich gar nicht gesehen! Okay, Delay hört sich nach Traitor an! Ich hab die ganze Zeit keinen gesehen, Leute! Okay, Manu ist tot! Debitor! Ja, und Peter war grad bei Manu! Ja, und es gibt zwei Traitor... Traitoren! Was ist eigentlich mit Holly passiert? Ja, aber warum hat er dann Manu nicht identifiziert? Hä? Weil er Traitor ist? Weil Peter Traitor ist, richtig! Ja, und du? Auch! Weil es zwei gibt! Peter, Peter, dann kannst du sehen! Ich bin auch mal auf dem Planeten! Du kannst, komm! Ich töte jetzt Peter! Okay! Peter! 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 Er ist nicht intolerant! Peter! 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 Hup, 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 dieser Alarm hielt mir so auf den Sack. Jetzt will ich zurückkommen, aber eigentlich wollte ich die Runde auf diesen Planeten hier verbringen. Aber es kommt keiner zu Besuch, das ist echt schlimm. Ich gehe nicht rüber, bis ich Peter nicht gefunden habe. Er wartet eh nur drauf, dass ich jetzt hier rauskomme. Also ist es wirklich Peter? Ja, so glaube ich zumindest, wenn Manu tot ist. Ja, aber wer war dann der zweite Traitor? Was ist denn mit Holly passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Idee, was passieren könnte, allerdings... Was ist passiert? Nein, das will ich nicht sagen, weil ich hoffe, dass dir dasselbe passiert. Was? Alter. Mordado, ist das Portal jetzt aktiviert? Von welcher Seite ist es aktiviert? Von der Erde. Trau dir nicht, du willst mich doch eh nur tot sehen, wenn ich jetzt reingehe, dann sterbe ich. Alter, kann es sein, dass du Traitor bist und Peter bei dir ist oder so? Aber warum solltest du nicht bei dir da drin sein? Hä? Nein, ich bin hier ganz allein die ganze Runde, wäre doch ultra doof hier zu warten. Ja eben, das verstehe ich auch nicht. Aber ich sehe Peter die ganze Zeit nicht. Und du bist einfach die ganze Zeit da drinne. Ja, ich habe ja gemeint, ich bleibe hier drinne. Wie gesagt, ich kann auch meine Waffe durchs Portal werfen. Fliegt die da durch? Ist sie bei dir angekommen? Ne, sie ist glaube ich einfach durchgeblieben. Du bist durchgelaufen? Ja, bei Manu ist niemand hier rein. Ja, hä? Ich habe die Web verstanden. Ich habe schon von der Erde aus aktiviert. Nein, Mordado hat es die ganze Zeit wieder aktiviert. Ja, das ist doch nicht der Hauptmann. Aber, aber, ganz wichtig, wenn der Alarm aktiviert ist, dann ist es von der anderen Seite aktiv. Ah, okay. Ah, deswegen war... Ah, wie geil, wie beide da durchlaufen. Der Alarm soll einer so fahren, das muss einer meiner sagen. Deswegen habe ich es die ganze Zeit aktiviert. Aber gerade hat er erst Dealer geschossen und dann Manuel. Ich habe es auch selber aktiviert, aber Mordado hat es auch gleichzeitig aktiviert. Und Holly hat er auch getötet. Diese Runde, ich habe es nur diese Runde gemacht. Ja, und du hast uns alle damit getötet. Wenn es einfach nicht möglich ist, durch das Portal zu gehen anders. Ja, das ist relativ doof. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Jetzt lasse ich das. Ne, Manuel, hat erst Dealer mit dem Feuerschuss geschossen und dann kam Slume? Ich habe einen Feuerschuss geschossen. Ja, und dann habe ich dich auch mal ballert. Ah. Wir waren dann direkt auf der einen Seite. Oh, Mo, da hat es schon eine Woche gespielt. Ja, du hattest es schon in der letzten Aufnahme. Oh, hier ist jemand. Ja, hier kann man einen Vortrag halten. Bei mir ist Debitor. Ich bin Detective. Ah, ähm, Detective. Atomwarn sind immer schön, das. Oh, nee. Warum geht das nicht? Aua! Ich will fast zerquetscht wollen von der Tür. Guck mich an, ich habe nicht die Weg. Die Tür straighter, die Tür straighter. Leute, Leute. Holly? Nein, oh Gott, Holly kann mich jetzt voll leicht töten. Ja, deswegen, ja. Ich warte nur darauf, bis du deine Waffe ziehst. Alter, ich habe meine Waffe die ganze Zeit draußen. Holly, ist bei mir, wenn ich tot bin, ist Holly. Ja, ich beschütze dich, die Leid. Ganz easy. Ganz easy. Jetzt zerquetscht werde oder so. Hallo. Du hast da richtig aus. Ich will nur eine Waffe. Ich habe nur eine. Ich habe nicht meine Waffe, Holly. Du brauchst keine Waffe. Da warst du da, du Waffe. Hier, nimm die. Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat mit dem rechten Kasten. Nein, Maudano. Hallo. Holly, geh weg. Kann der Detective nicht mehr weggehen? Alter, die Vitor, wie oft denn noch? Die Vitor hat sich umgebracht, er ist ins Portal gelaufen. Nein. Kann mir... Und er war Detective. Kann der Detective. Hä, wie kann er da... Achso, das Portal, was angegangen ist. Ach, Leute. Toll. Ich wollte gerade Detective fragen, ob er mir bitte eine Health Station machen kann. Ich bin fast tot. Hallo, Holly. Hi. Weil Manu mich ja durch die Tür zerquetscht hat. Hallo, Manu. Ich bin halt der Traitor. Okay. Ja, kommt von der anderen Seite. Vielleicht, das wäre nett. Hallo? Töte dich, Holly. Ich töte dich. Ich tschüss auf dich. Zombie ist wieder hier. Plötzlich. Ja, ich kam aus der Pyramid. Aha, Zombie, du warst in einer anderen Welt. Du bist... Ja. So, ich töte ihn. Los. Töte ihn. Eliminieren. Ich habe die Bakterien. Alarm. 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 Ich bin der Bakterien-Master. Ich hab so Angst, dass der Traitor hat mich jetzt einfach wegsneicht oder so. Ich höre C4, ich höre C4. Ah, stimmt. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe es auch gehört. Und ich glaube, Maudado, wo ist der Fahrstuhl? Lass dir den gegen ihn. Der Map oder so. Nein, aktiviere das Portal, aktiviere das Portal, schnell! Okay, warte, 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 warte. Lass mich rein! Oh nein, komm, ich bin nicht rein, die können mich locker töten. Drück, drück, drück! Warte, welcher Knopf denn hier? Ganz auf, ganz auf, jetzt, komm! Komm, 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 komm! Ich will raus. Ich will raus. Ich will raus. Ich hab Herzangst mit euch. Ich will raus. Ich will raus. Ich hoffe, du bist Eno. Ich bin Eno, warum soll die so sagen, dass ich C4? Delay. Ja, stimmt. Zombie, 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 Zombie. Ja, hier ist es schon. Oh Gott, Alter. Zombie wurde von der Aufzugtür zerquächt. Nein, die Trombe hat mich getötet. Echt? Achtung! Okay, wir sterben zusammen. Ich war nicht mehr in der Nähe der Bombe. Wart ihr echt? War ich gerade mit zwei Traitern im Fahrstuhl? Ja. War ein halb Gänge entfernt. Wir hatten gerade das Zombie anfangs zu schießen, weil ich hatte wenig Leben. Okay. Ich wollte nicht schießen, ich wollte, dass er uns vertraut. Wofür? Wir sind doch alleine im Fahrstuhl. Er wäre doch eh in deine Bombe gelaufen. Nein. Wo hast du denn die Bombe gelegen? Er wäre da nicht rausgegangen. Im Kontrollraum. Oh Mann. Kontrollraum zusammen. Wusste ich ja nicht. Aber ich dachte, der Portal wäre schon da gewesen, hatte ich durchgelaufen. Da ist nichts passiert. Ich glaube, da hatte ich einen Delay. Oh. Was? Warum atmet ihr? Ich fand die Flucht cool. Wegen der Luft. Ja. Ich hätte es so cooler gefunden, wenn ich auf einmal gestorben wäre. Ich aktiviere das Portal. Dann wäre es so ultimativ knapp gewesen für dich. Ultimative Knappheit. Zusammen. Oh Gott. Sorry. Alter, ich habe nur so geschossen. Einfach so. Hallo. Ich habe nur einfach so geschossen. Maudato, du bist hier der Stargate-Experte. Wird das gerade aktiviert? Ich habe einen Knopf gedrückt. Du hast gerade zwei Koordinaten eingewählt. Die Fresse. Von sieben. Du musst noch alle anderen. Fünf verdrücken. Wegen der Akustik. So und jetzt aktivierst du es noch. So. Oh Gott. Ich will rein. Hallo? Ne, ich sterbe jetzt. Aber der Alarm ist nicht an. Also muss es sicher sein. Ja. Oh ja. Ich komme mit Delay. Ich komme mit. Okay. Okay. Ich hoffe das hält noch. Oh Gott sei Dank bin ich durchgekommen. Oh hier schießt jemand. Der Alarm ist entdeckt. Delay? Okay. Ich bin nicht reingegangen. Bin hinter dir, Holly. Ich habe mich nur gerade erschreckt. Doch. Aua. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Ja das ist voll auffällig. Als Belohnung quasi. Hier stirb an der Rauchgranate. Nein. Ich bin nicht Raucher. Hilfe. Passi ich brauche mich so gesund. Töte mich. Ich will da nicht meckern aber ich habe noch keine Waffe. Maudado. Du musst dem heiligen Gott geopfert werden. Alter. Ich bin gerade hoch geflogen. Aktiviere dich schon. Nein ist Maudado 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 Mauda. Ich helfe dir Manu. Auch wenn du Traitor bist. Ja. Oh Gott danke. Ich habe immer. Wo kriege ich Waffen Mann? Hier. Da hinter dir. Hinter dir liegen. Hinter dir liegen noch Waffen. Wo ist denn der? Hier ist keiner ne? Ne aber. Hä? Wo sind wir jetzt? Warte mal warte mal. Warte ich telefonier mal nach Hause. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warte mal. Warte mal Peter hier. Pass auf. Pass auf Peter. Oh. Oh. Was ist das denn? Was passiert da? Als ich dann wieder gekillt wurde. Achso. Ja geil. Ja im Sprung ins Knie. Sehr gut. Na oh Mann. Ach Mann. Krasser Kill ohne Scheiß. Geht das Portal von alleine aus? Geht nach einer Weile automatisch aus hier. Ach Mann. Visualisier das ja so gut. Wo sollt ihr denn? Ich lauf. Was ich hab grad nur kurz Zombie gesehen. Seid ihr auf der anderen äh. Welt. In der anderen Welt. Auf der anderen Welt. Oh das ist ein Visualisierer. Ach Mann. Ich würd euch so gerne sehen. Sieht lustig aus. Okay. Ich bin so behindert. Ja. Hä? Wann? Hä? Habt ihr beide gegenseitig getötet gleichzeitig? Nein. Das geht ja gar nicht. Teleporter würde gehen. Mhm. 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 Hä? Wie oft denn noch? Wirklich? Ja. 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 Alter, wie schlecht ging das denn? Ich hatte kaum Leben. So, willst du wissen, was passiert ist? Ja, wir sind gleichzeitig durch eine Anzahl ausgegangen. Ich hab Delay umgebracht. Delay hat das Portal angewählt, um mich damit umzubringen. Also ich hab mich breitwillig davor gestellt, damit ich dadurch sterbe. Dann ist das Portal angegangen, ich hab Delay erschossen. Aber Delay war gar nicht fertig, sondern von der Erde wurde es aktiviert und ich bin dadurch gestorben und die anderen zwei dann genauso. Wer weiß, der Dach, sein Plan ist so perfekt und läuft so lachend durchs Portal. Und stirbt einfach. Das Portal ist genauso wie das Regelwerk beim Varo. Nämlich? Ausgezeichnet. Stimmt. Das ist der Dauertraitor. Hallo. Dieses Portal ist böse. Ich hab auch gar nicht mehr verstanden, was jetzt abging, wo ihr wart. Was ist denn geschehen? Ja, wusste ich selber nicht mehr, ich war auf einmal weg. Vor allem der May hat nur Delay's Leiche gefunden und es waren einfach vier Leute tot. Ja, aber wie ging das? Ich hab auch nicht gesehen, ich hab gar nicht mitbekommen wie Peter und Dingens. Die sind auch durchs Portal durchgegangen, obwohl es von der Erde aus aktiviert wird. Achso, und wo sind denn die Leichen? Verschwinden die? Aber wir haben es doch in dem Moment auch aktiviert. Das Portal funktioniert, also laut Serie so, dass halt an der Oberfläche quasi das dematerialisiert wird, was reingeht. Und halt wieder materialisiert wird. Und das ist halt ein Einweg. Auf der anderen Seite wird es nur dematerialisiert. Normal. Alter, was redet ihr da für'n Quatsch? Ah! Beschütze... Ich beschütze dich. Okay. Hier, nimm meine... Nein! Werft die Waffe wieder weg! Werft die... hier! Oh, ist die besser? Danke. Ja, die ist schöner. Warte. Die ist sexy, and I know it. Dup, 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 dup. Oh, cool. Eine Wandsche. Warum kann ich die nicht ab mit Ene? Doch, klar. Du kannst beide tragen. Ach, lol. Dann war der Verdacht ja dumm von mir letztens. Also ich dachte mal, der Inventarplatz wäre belegt. Oh, ja. Der Inventarplatz wäre belegt. Oh. Ich würd gern dahinter gehen, aber super. Wie komm ich denn hier hin, hallo? Oh, hier läuft der Maudado rum. Wollen wir jetzt wieder... Oh, Manu. Manu, zum aktivieren, weil du vorhin so Probleme hast. Du musst es achtmal drücken. Ja, du siehst ja auch, wie alles drumherum... Hallo, Lady Layers. Kommst du? Bist du bei mir? Ah, ja. Ja. ETF! Right behind you. Hier liegt jemand tot. To the mall. Oh, Dado ist tot! Let's go to the mall. Holly hat ihn getötet. Holly war's. Holly steht hier rum. Holly ist es. Holly ist es. Ich war's nicht. Töte Holly. Oh Gott, oh Gott. Der hat mich mit Shurikens... Ich weiß. Ihm hat mich mit Shurikens abgeworfen.